Wir haben im Vorprogramm schon der Leon und Franziska Hübler ein paar Songs zum Besten gegeben und da haben wir hinterher spontan entschieden, die einfach mit ins Hattel zu nehmen, um dem Nachwuchs auch mal so eine Bühne zu bieten, sich hier weiter zu präsentieren. Und deswegen stehen wir jetzt hier und unsere Rhythmus-Fraktion hat sich auch sofort bereit erklärt, die beiden zu unterstützen. Wie das jetzt wird, werden wir gleich sehen, aber ich denke gut. Und deswegen jetzt erstmal einen großen Applaus für Leon und Franziska. Wir sehen uns dann gleich wieder. Eins, zwei, drei, vier! Wir sehen uns dann wieder. Wir sehen uns dann wieder. Wir sehen uns dann wieder. Wir sehen uns dann weiter. Wir sehen uns dann mal. Wir sehen uns dann weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.